Ich heisse Nico, ich arbeite im Lindenfeld in Sur. Ich bin im ersten Lehrjahr AGS und zeige euch meinen Berufsalltag. Das Schönste an meiner Lehre ist abwechslungsreich. Es ist ein abwechslungsreicher Alltag. Und die Kulturen und die Religionen der Menschen. Die Menschen werden viel von den Religionen her angeschaut und auch so behandelt. Ich sehe mich die Tage mit den Bewohnern am Spielen spielen. Wir machen vor allem am Nachmittag ein Ziel zur Unterhaltung und ein Abwechslungsreicher Nachmittag. Mein grösster Erfolg bis jetzt in meiner Lehre sind, dass ich die Ziele, die ich mit meiner Ausbildung gemeinsam abgemacht habe, erreicht habe in Bezug auf die Schule. Der Hauptteil in meiner Ausbildung ist das Pflegen und das Wäsche von Bewohnern. Denn es gibt Bewohner, die sich selbst nicht mehr imstande, sich selbst zu waschen. Ich habe jetzt einen kurzen Ibrich in meinem Berufsalltag gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch hier in Sur, im Lindenfeld, bewerben als AGS. Und Knie übernommen, dass ich wirklich unterschiedlich mache Danach und das mapped einsanız Corey von Wernen bringe ich euch weiter. Denn es gibt hierzu знакки, das BlackOW-Mittelne ist die cheer für die Welt. Ich weiß, was wnütz ganz Spot shining an. Und weil ich es nachdem, was ich mit einemnéúlen, in gradually weil ich sage michrocken. Weil wir uns auch gleichzam so machen. Und dass ihr hiern will euch nebenbei,